Und jetzt verkaufe ich das gleich. So, tun wir das. So, jetzt steige ich kurz ins Flugzeug ein, damit die Zielpunkte da angezeigt werden und dann fliege ich alle Zielpunkte ab. Aber mit dem Heli erst. Ich fliege das mit dem Heli ab. Um da allfällige Gegner zu töten. So, hier hat es keine Helis. Da. Da. Ja, das ist nichts. Keine Helis hier. Keine Helis hier. Hier aufgepasst mit dem Turm. Aber keine Helis. Keine Helis hier. Hier. Hier hat es ein Heli. Und da hat es nochmals ein Heli. Ich denke, ich sollte alle Helis erwischt haben. Da waren drei Orte. Aber dafür komme ich dann ganz durch. Hier. 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 Das ist ja formula. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. 18 Minuten noch, es sollte gut reichen. Pfeil nach rechts ist das, um abzuwerfen. Auch verwirrend, dass es jedes Mal was anderes ist. Okay. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Das ist heikel da mit dem Masten. Und erledigt 101,47 Millionen. Hat das gebracht.